recht herzlich willkommen zur dritten folge von project nomad planet nomads nicht project project machen wir planet ist das spiel gut wir hatten die tür gemacht was uns hier bei der tür fehlte die ging ja nicht auf ist ganz klar der strom ich kann überlegen über den hinkriegen oder am besten kriegen aber ich glaube wir machen mal erstmal hier so eine band weiter nach oder vielleicht oben drauf jetzt wird schwer wenn ich oben drauf gucken können das ist auch nicht gewollt dass man so bauen kann oder ok eigentlich wird ich jetzt gerne noch mal da oben drauf kommen aber so jetzt geschafft und das geht dann nicht okay der boden ist dann definitiv zu hoch warte mal drücken für licht dann sehen wir noch mehr genau machen wir den raum auf diese seite vorne ist die veranda sozusagen da war schon mal die ecke stellt sie mir die frage wie wir da oben das hinkriegen sollen da geht schon mal naja schwierig gestaltet sich schwieriger als ich dachte gut die wand mal jetzt fertig ich würde jetzt sagen wir bauen mal ganz einfach hier strom hin und das war schon richtig drücken und dann verbinden wir den mit der tür und schon ist alles gut so tür sein jetzt geht's auf gut ja ok wir müssen wir wollen boden reinziehen jetzt steht natürlich unserem strom hier auf der erde na komm schon deine ecke der ging der will auch nicht gut ist klar was er nicht will jetzt bin ich zu weit weg dann will er auch nicht passt erstmal so durch die tür kann er gehen oh jetzt hat er weg gemacht das ist ja ein hält neun ist die tür müssen wir so wieder hin bauen gut so automatisch durchgehen geht wohl nicht kann er nicht warte mal machen mal f aus warte mal ich weiß warum das problem jetzt besteht weil der strom da nicht dran ist genau so ist es wahrscheinlich äh ja weißt du was das muss weg gut und die 6 wieder her die muss allerdings jetzt woanders hin na super muss da hin und jetzt müssen wir den strom anschließen von da nach da jetzt geht die tür dann auch so ganz einfach ne warum modus wieder her na komm schon na der war falsch komm 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 ich hab jetzt mal shift und äh steuerungstaste gedrückt aber das hat mir jetzt nicht so ganz viel gebracht weil er mag er wohl nicht er ist ein bisschen tricky mit dem bauen ich baue mal erst mal so ich weiß gar nicht irgendwelche möglichkeiten habe ein fenster zu bauen ich weiß es jetzt nicht auswendig sondern mal nachgucken gut licht geht an oder was man so ok also man kann bauen ist es aber relativ schwierig hier die zuordnung zu kriegen so funktioniert schon mal soweit das war unsere hütte zusammenkriegen gut ja schon ein bisschen was man kann denke ich mal obwohl wir können das auch hier mal eine tür rein bauen machen wir mal dahin ich weiß gar nicht ob wir die da jetzt anschließen können auch noch zwei sitzen schwierig aber kriegen wir so dann die neuen noch mal für die tür da gut da raus geht da so nicht connect electricity müsste sogar gehen ja so gut aus ok das bedeutende baumodus machen wir müssen nur schauen dass wir da durchkommen ok die geht jetzt automatisch auf und zu und die nicht können wir also durchlaufen wunderbar ich hoffe sie macht nicht nur uns auf sondern sie macht uns nur auf und nicht den feinden obwohl es hier wahrscheinlich noch gar keine gibt gut da ist unser auto baumodus komisch so was haben wir dann hier noch so alles so ganz viele sachen da haben wir jetzt das gebaut für dieses signal da haben wir immer wieder her finden ok gut da kommen wir hoch ich glaube wir könnten hier mal noch einen weg nehmen so sieht es doch besser aus oder gut so schick sieht es aus oder gehen wir da mal ein power on gut gehen wir da mal rein geht nicht das ist der baumodus das ist escape gut wie komme ich denn jetzt eingestiegen da war doch immer so eine hand dass ich dann einsteigen kann hm verstehe ich jetzt nicht so da kann ich Licht auf automatisch stellen automatisch ich glaube das ist jetzt auch automatisch oder connect electricity irgendwie ist nur eine angeschlossene da kann ich den zweiten noch dann anschließen aber ich weiß nicht ob das reicht gut was können wir noch einen zweiten strom stromgerät hin machen wo jetzt sind wir eingestiegen und ich weiß nicht wie ich glaube eh war es ne so jetzt müssen wir mal gucken aber irgendwie fährt er gerade ganz doof wieso fährt er jetzt im kreis ok jetzt regnet es erstmal eine runde ok da ist was im weg das ist der antrieb der so doof ist wahrscheinlich ne 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 aussteigen gut ja jetzt will ich aber auch nicht im regen hier stehen so connect der ist connected connect vielleicht ist er auch connected ah ja die grünen dinge sind da jetzt zu sehen ich bin mir aber nicht sicher ob der da auch läuft so jetzt nochmal reingehen ok jetzt fährt er ganz normal was man so normal nennen kann so geschafft ok fahr mal hier lang obwohl wir klopfen schon wieder dunkel ne sonne geht da gleich unter oder dann bleiben wir doch hier und gehen in unser häuschen ne oder oder zu unserem häuschen es ist rückwärts fahren aber nicht bremsen oder was naja gut ausgestiegen unsere bescheidene hütte jetzt müssen wir gucken dass wir das dach vielleicht noch drauf kriegen sieht jetzt irgendwie doof aus ne aber jetzt ist das naja es geht ne aber es ist anstrengend zu bauen dann geht hier gar nichts weiter jetzt ist es ganz schwierig zu bauen naja gut So, das haben wir geschafft. Das nicht. Na, das kriegen wir noch hin, oder? So. Ah, hier vorne fehlt noch eine ganze Reihe, okay. So. Unser Bunkerhaus ist fertig. Nicht ganz, hier hinten fehlt noch was. So, jetzt haben wir die Kiste fertig gebaut. Bauen wir da noch ein bisschen Boden hin. Da geht's dann irgendwann mal weiter, ne? Dann bauen wir den Boden dann irgendwann weiter. So, jetzt sind wir hier im Dunkeln, sehen nix. Jetzt müssten wir noch irgendwie Licht kriegen, ne? Aber um das Licht würde ich sagen, kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Oder? Kriegen wir jetzt hin? Ne, machen wir nächstes Mal. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. ller